Die ukrainische Marine bestätigte am Freitag, dass sie eine Fähre im russischen Hafen von Kafkas zerstört hat, die zur Lieferung von Treibstoff und Waffen in das besetzte Krim genutzt wurde. Die lokalen Behörden hatten zuvor erklärt, dass die Fähre bei dem Angriff am Donnerstag im Hafen der südrussischen Region Krasnodar in Brand geraten und beschädigt worden war. Ein weiteres militärisches Ziel wurde zerstört. Sein Zweck war es, den Besatzern Treibstoff zu liefern. Die Fähre ist gesunken und der Hafen von Kafkas ist nicht mehr funktionsfähig, bis die zerstörte Fähre entfernt wird, sagte der Sprecher der Marine, Dimitro Pletenschuk, dem ukrainischen Fernsehen. Die Fähren stellten drei Viertel der gesamten Logistik dar und waren der Hauptversorgungskanal, fügte er hinzu. Die Fähre transportierte 30 Treibstofftanks, sagte Fyodor Babinkov, der Leiter des Stadtbezirks Temryuk, zu dem auch der Hafen gehört. Er erklärte, dass das Schiff infolge des Angriffs erheblich beschädigt wurde, was den jüngsten Schlag Kiews auf russischem Territorium darstellt, während der Krieg Moskaus in der Ukraine andauert. Der Hafen von Kafkas ist einer der größten russischen Häfen am Schwarzen Meer. Er bedient sowohl Schiffe für den Export als auch für die Treibstoffversorgung der Krim, der ukrainischen Halbinsel, die 2014 von Russland annektiert wurde.